Ja, wir haben heute den 31. Mai, wir haben jetzt knapp 16 Uhr und auf den letzten Drücker möchte ich jetzt gerne was zur Thematik der Reifen in der RCK Challenge sagen. Das ist eine Geschichte, da warten gerade sehr viele drauf, das weiß ich. Da warte auch ich sehr lange drauf, da warten wir alle sehr lange drauf. Ich fange kurz und knapp damit an, ich weiß, das wird nicht jedem gefallen, aber wir sind damit relativ alternativlos. Warum, erkläre ich gleich im Anschluss. Die RCK Challenge bekommt mit sofortiger Wirkung ein neues Outdoor-Rad. Das RCK 36A-Rad ist damit genauso wie das HPI 36A-Rad nicht mehr legal einzusetzen. Das neue Rad steht hier vorne, direkt neben mir. Das ist das RCK 36XLT-Rad. Wir haben auf eine Speichenfelge gewechselt, damit es direkt auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ich denke, mit der Speichenfelge haben wir den einen oder anderen vielleicht auch ganz gut abgeholt. Wir haben es hier einmal mit einem GT-Fahrzeug gezeigt, wir haben es hier einmal mit einem FED-Fahrzeug gezeigt. Das ist schon sehr schick, das ist eine stabile Felge, das ist eine gut funktionierende Felge, die hat eine ansprechende Härte. Die auch sowohl Griff als auch Präzision erlaubt. Also alles in allem kein verkehrtes Rad. So, jetzt zu der Frage, warum verbieten wir von heute auf morgen ein Rad und warum kommen wir erst heute damit um die Ecke? Wir verbieten das Rad von heute auf morgen, weil es alternativlos ist. Wir haben unser altes 36A-Rad, was ein sehr gutes Rad gewesen ist. Das können wir nicht mehr produzieren. Das geht nicht mehr. Hintergründe gleich. Dadurch, dass wir dieses Rad nicht mehr produzieren können, hätten wir automatisch eine Chancenungleichheit. Wären die beiden Räder, neu und alt, annähernd miteinander vergleichbar, würden wir dieses Risiko eingehen. Sind sie aber nicht. Unter den normaldeutschen Verhältnissen ist das alte Rad zu zwei Drittel der Bedingungen im Vorteil. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir ein Rad erlauben, welches niemand mehr bekommen kann und welches im Vorteil ist, wisst ihr selbst, das macht keinen Spaß. Das macht euch keinen Spaß, das macht uns keinen Spaß. Warum können wir das nicht mehr produzieren oder produzieren lassen? Wir sind ja selber, wie so viele andere Marken auch, die letztlich einen Reifen anbieten, sind wir ja kein Reifenhersteller. Wir gehen irgendwo hin und sagen, bitte baue mir das so, bitte mach mir das so. Und da gibt es auf der Welt sehr, sehr wenige Hersteller, die das wirklich umsetzen können. Problematisch ist die Tatsache, dass ein Weichmacher, der Weichmacher sorgt dafür, dass der Reifen, wie der Name sagt, seine Härte bzw. seine bestimmte Weichheit erreicht und dadurch Griff aufbauen kann. Dieser Weichmacher, um den es geht, der ist verboten worden. Das heißt, es gibt ihn einfach nicht mehr. Die Auswirkungen dieses Problems sehen wir bei nahezu allen Herstellern. Also zum einen ist es jetzt so, es gibt nirgendwo Reifen. Es ist für uns unmöglich, Reifen zu kaufen. Egal welche Marke, egal was da drauf steht, es geht einfach nicht. Egal was wir wollen, wir kriegen es nicht. Ja, dieser Weichmacher hat für sehr viel Griff gesorgt. Es war ein sehr hochwertiger Weichmacher und hat eine gesunde Balance geliefert zwischen Haltbarkeit und Performance. Jetzt sind die Reifenhersteller ja pfiffig und haben einen Ersatzstoff dafür gesucht. Und den haben sie auch gefunden. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr gab es dann einen großen Aufschrei, als bestimmte Reifenmarken von heute auf morgen einen neuen Reifen gebracht haben, der auf einmal aber nicht mehr haltbar war. Das heißt, wir können uns bei dieser Thematik des Weichmachers für letztlich zwei Wege entscheiden. Der eine Weg würde bedeuten, wir versuchen die alte Performance zu erhalten. Wenn wir das machen, bekommen wir eine Haltbarkeit, die zwischen 5 und 25 Minuten liegt. Und 5 Minuten ist nicht unbedingt die Haltbarkeit, die wir in der Challenge für einen Reifen anstreben. Die andere Variante ist, wir gehen in Richtung Haltbarkeit, haben dann aber ganz klar einen Performanceverlust. Das ist der Grund, weshalb wir sagen, die alten Reifen sind besser gewesen als die neuen Reifen. Wir mussten uns ja für einen dieser beiden Wege entscheiden. Wie gesagt, die Variante Leistung mit 5 Minuten Haltbarkeit, auf keinen Fall, nicht in der Challenge, machen wir nicht. Die Variante, auf die schnellsten Rundenzeiten zu verzichten, wir reden nicht davon, dass die Dinger 3 Sekunden langsamer sind. Auf gar keinen Fall. Aber gerade bei kühleren Temperaturen ist einfach weniger Traktion vorhanden. Da vielleicht gleich noch ein Erfahrungstipp, den wir damit im Vorfeld gesammelt haben. Ja, wir haben uns also für diese Variante entschieden, dass wir auf Haltbarkeit des Reifens gehen. Es wird sicherlich so sein, dass in der Zukunft eine weitere Entwicklung stattfindet. Die Reifenhersteller sind alle dabei und sagen, ja, wir haben etwas Neues, wir haben etwas Neues, wir können hier, wir können da. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen uns jetzt für ein Rad entscheiden. Und eine der Eigenarten der Challenge oder einer Rennserie wie der Challenge ist, dass ihr als Fahrer im Frühjahr einen Reifen kaufen könnt, sofern er denn lieferbar ist, ich weiß, und den im Herbst fahren könnt. Und das muss auch so sein. Wir sind ja keine Rennserie mit Einmalveranstaltungen, wo man morgens seine Reifen ausgegeben bekommt und es daher egal ist, ob die Reifen im Juni andere Reifen sind als die im August, weil eben jeder mit den gleichen Bedingungen startet. Bei uns ist es aber so, die Reifen müssen über Jahre, im Optimalfall, immer gleich sein. Die Performance muss immer gleich sein, die Haltbarkeit muss immer gleich sein. Das heißt, wir müssen diese anstehende Entwicklung, die in Zukunft auf dem Reifenmarkt auf uns zukommt, einfrieren. Das ist vielleicht nicht super, wenn wir auf die Performance-Entwicklung schauen, aber es ist eben der Optimalfall, den wir bei uns brauchen, wenn wir damit ein Einheitsrad für eine Rennserie machen möchten. Ja, also, wir haben uns dafür letztlich entschieden, wir müssen diesen Weg gehen, ein anderes Rad produzieren zu lassen, weil es das Alte nicht mehr geht. Wir können es auf den Kopf stellen. Es geht nicht. Egal, wie sehr wir das wollen, es geht nicht. Und ich denke, es ist im Interesse aller, nein, der meisten. Ich weiß, dass nicht jedem diese Entscheidung gefallen wird, aber irgendeine Entscheidung müssen wir treffen. Und das hier ist unserer Meinung nach die bestmögliche, die wir treffen können. Die Entscheidung, da auf einen neuen Reifen zu gehen, der diesen Bedingungen entspricht, ist unserer Meinung nach absolut richtig. So, warum kommen wir erst jetzt damit um die Ecke? Tja, wenn ihr die letzten Monate ein bisschen verfolgt habt, die Verfügbarkeit von Reifen war schlecht. Die Entwicklung von Reifen war noch viel schlechter. Da gab es jetzt ganz aktuell, M-Chassis-Fahrer, die rennen uns die Bude ein, weil Reifen, die vorher über Stunden gehalten haben, auf einmal nur noch fünf Minuten funktionieren. Das ist was, was wir eben einfach nicht wollen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ha! Warum das so lange gedauert hat? Wir haben uns im letzten Jahr von unserem Hersteller über die Problematik informiert. Und dann hat es geheißen, alles gar kein Problem, wir kriegen das hin. Wir haben einen neuen Weichmacher, den kriegen wir meinetwegen nicht aus Japan, den kriegen wir aus Korea. Und der hat diese und jene Bedingungen, aber der ist genauso gut. Ja, Flöte gefiffen, der war nämlich überhaupt nicht genauso gut. Und wenn wir uns auf all diese Aussagen, die wir dort bekommen haben, die immer hießen, in 14 Tagen, in einem Monat, in drei Wochen, wenn wir uns darauf verlassen hätten, hätten wir neue Reifen bereits im Frühjahr 2020 haben müssen. Jetzt haben wir Frühsommer 2021. Und heute wird hoffentlich die Lieferung der Reifen beim Zoll in Köln freigegeben. Die Maschine ist gestern gelandet. Wir bekommen 10% der bestellten Menge. Daran seht ihr, Reifen ist ein Business, um das ich mich nicht schlage. Definitiv nicht. Man braucht das. Wir brauchen Reifen. Wir müssen da ja mit irgendwas fahren. Wir brauchen ein vorgeschriebenes Komplettrad. Aber es macht gerade im Moment schlicht keinen Spaß. Wenn ich es früher gewusst hätte, dass das so und so aussieht, wenn der Reifen früher da gewesen wäre, wenn wir früher ein Testmuster gehabt hätten, was funktioniert, das sei ja das Problem, es funktioniert nicht, was wir bekommen haben, dann wären wir damit auch früher um die Ecke gekommen. Ich wollte den Moment vermeiden, zu sagen, ja, wir bringen was. Und dann kommt das erst, genauso wie uns die Hersteller vertröstet haben, in Wochen, in Monaten. Der Plan war zu sagen, jetzt hier und heute gibt es das Rad. Ab heute wird das gefahren. Selbst das hat gerade im Moment nicht so richtig funktioniert. Am liebsten würde ich nämlich jetzt darüber gehen und würde euch die Reifen holen. Würde sagen, hier sind sie, stehen im Shop, könnt ihr kaufen. Die Reifen stehen seit sechs Monaten im Shop, sind aber nicht sichtbar. Das heißt, der Plan, die zu haben, auch mit Fotos, mit allem drum und dran, ist schon lange fertig. Ich hoffe jetzt, dass UPS bzw. der Zoll in Köln heute Nacht die Sendung freigibt, sodass wir die Räder morgen bestellbar haben werden. Für alle Jungs, die jetzt noch neue und unbenutzte RCK 36A-Reifen bei sich liegen haben, machen wir da natürlich wieder, so wie das vielleicht der ein oder andere von uns gewohnt ist, ein Tauschangebot. Wenn du noch Reifen hast, die unbenutzt sind, die du noch nicht gefahren hast, kannst du die zu uns schicken. Wir tauschen dir die 1 zu 1 gegen die neuen RCK 36 XLT-Reifen aus. Aber, aber, ganz ehrlich, kann ich dir nicht empfehlen. Du brauchst die Reifen, wenn du die Serie fahren willst. Die Reifen sind auch gut, die sind wirklich gut. Überhaupt gar keine Frage. Wenn du aber noch was machen möchtest, außerhalb von der RCK Challenge, wo ein Reifen freigestellt ist, z.B. in der RCK Kleinserie, wäre mein Tipp, behalt die Reifen. Reifen mit der Qualität von Haltbarkeit, Performance und Einfachheit, wie so ein Reifen zu fahren ist, wirst du in den nächsten Monaten bis Jahren so schnell nicht wiedersehen. Behalt das Zeug, dass es hinterher in Anführungszeichen Gold wert wird. Wenn du das nicht möchtest, kein Thema. Wir tauschen dir das gegen die XLT-Reifen. Wer noch gebrauchte Räder hat, einfach im Training auffahren. Wir reden vom Outdoorbetrieb. Draußen ist der Reifenverschleiß relativ hoch im Vergleich zu einem Indoor-Reifen. Das heißt, wenn ihr einen gebrauchten Satz Räder habt, dann könntet ihr noch ein paar Akkus im Training leer fahren oder kaputt fahren. Dann ist es letztlich auch gut. Ihr könnt die problemlos benutzen. Das ist nicht das Problem. Sie sind unter den meisten Bedingungen besser als die XLT-Reifen. Aber es ist nicht so, als würde die damit Kreise da rumfahren. Das heißt, es ist wirklich immer noch ein guter Trainingsreifen. Da ist nichts verloren, in Anführungszeichen. Zu dem Thema Fahren hatte ich eben schon ganz kurz was angedeutet. Die Reifen haben eine relativ lange Haltbarkeit. Also von der reinen Fahrzeit, es hängt natürlich von der Strecke, von der Geschwindigkeit, vom Fahrstil ab, sind wir damit bei den Tests im Bereich von zwei bis drei Stunden unterwegs gewesen. Je nachdem, wenn der richtige Fahrrad dran war, kamen wir auch über die vier Stunden. Ohne Nachkleben. Mit Nachkleben habt ihr die Möglichkeit, das Ganze noch deutlich weiter zu verlängern, weil der Reifen weniger leidet. Der erste Akku bislang mit dem Reifen war wesentlich langsamer und schwieriger als der zweite. Also ganz anders als ein moderner Reifen der Vergangenheit, der seinen Anfangs-Peak hatte und dann in den Keller ging, mal mehr, mal weniger stark, haben die hier so eine Anfangsschwäche. Und dann kommen sie und dann gehen sie gut, dann gehen sie konstant und dann passen sie auch sehr gut zu unseren Klassen und zu unserer Motorisierung. Kurzer Ausblick auf die Indoor-Saison. Bei der Indoor-Saison ist dank vernünftiger Lagerplanung, ja, alles gesichert. Also Indoor fahren wir weiter mit dem RCK28C, da wird sich nichts ändern. Das heißt, Indoor fahren wir auch mit der Diskfelge weiter. Wenn das irgendwann so sein sollte, dass ihr sagt, Boah, Diskfelge will ich überhaupt nicht mehr haben, ich möchte eine Speiche, dann können wir dort in Zukunft auch andenken, an die Speiche zu gehen. Erst einmal wird es dort aber auf jeden Fall mit der Diskfelge weitergehen und da gibt es auch keine Lieferproblematik. Ein Indoor-Reifen ist vom Grundmaterial anders aufgebaut, deswegen haben wir dort nicht die gleiche Geschichte wie hier. Ja, wir werden das Reglement anpassen, jetzt gleich direkt im Anschluss, nachdem wir das Video hochgeladen haben, um da einfach, ja, in Anführungszeichen Sicherheit zu geben. Ich weiß, wir haben jetzt zwei Wochen vor dem ersten Lauf in Berlin und hoffentlich auch in Meckenheim, sofern die Gruppe West dort auch vernünftig an den Start gehen kann. Ich denke, dass wir das bis dahin vernünftig umgesetzt bekommen. Ich freue mich, dass es wieder losgeht mit Rennen und würde mich freuen, wenn da möglichst viele Leute die Vereine in Berlin und Meckenheim entsprechend unterstützen werden. Und als Abschluss vielleicht machen wir noch einen kleinen Detailblick einmal auf die Räder. Also ihr seht, eine schöne Speichenfelge, ein vernünftiges Gummi, eine vernünftige Verklebung. So weit, so gut.